Ich habe jetzt runde Implantate, 360 Gramm. Es gibt definitiv Personen in der Branche, die sowas machen lassen. Ich will auch Brüste anprobieren. Meine OPs haben um die *** Euro gekostet. Aber wisst ihr, was wir gucken können? Bibis Beauty Palace, neue Körbchengröße, Preis für OP. Ich beantworte alles. Strong, 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 strong. Es ist wahrscheinlich so ein Q&A bezüglich ihrer Brust-OP, ihrer Nasen-OP und allem, was dazugehört. Sie hat ja ein Video rausgebracht dazu, wie es so danach war und beantwortet jetzt hier an dieser Stelle Fragen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich dachte mir, nach dem ganzen Trubel um meine OP mit der Nase und den Brüsten sind so viele Fragen aufgekommen, die ich auch noch nicht bewusst noch nicht beantwortet habe. Weil ich mir dachte, bevor ich in dem Video mal was beantworte und in dem Video und auf Instagram, mache ich mal ein gesammeltes Video und werde alles beantworten. Okay, dieses Video ist jetzt offensichtlich das, wo alles beantwortet wird. Ich bin gespannt. Hast du runde oder tropfenförmige Implantate? Sind Implantate nicht alle rund? Gibt es auch eckige? Ich reiz nicht. Rund oder Tropfen? Ja, aber Tropfen sind doch auch rund. Ach so, ich verstehe jetzt rund im Sinne von wirklich so kreisrundförmig. Ich verstehe. Also so halbkreisförmig. So halbkugel. So wie eine Halbkugel. Ja, 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 ja. Das ist so ein komplexes Thema, was ich mir selbst niemals so vorgestellt hätte. Ja, tut mir leid, Leute, aber rund und tropfen ist doch falsch. Da müsste man doch sagen, halbkugelförmig oder tropfen. Also, wenn wir jetzt schon topologisch hier korrekt sein wollen, dann müssen wir doch... Rund ist das, ist auch ein Tropfen. Also... Ich habe mich im Endeffekt für runde Implantate entschieden, bin aber mit den Worten das erste Mal zu meinem Arzt gegangen. Ich will auf jeden Fall anatomische, weil mir war es wichtig, dass meine Brust am Ende natürlich aussieht. Also, es ist jetzt gar nicht... Ich habe jetzt ganz wenig Plan von diesem Thema, ne? Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie deine, ich sage mal, Basis ist. Also, wie... wie das... Wie der Grund... Wie der... Ist... Ne? Welche Größe bzw. welches Gewicht haben deine Brustimplantate? Wenn ihr einen guten Arzt habt, dann wird er euch natürlich auch beraten, was zu eurem Körper passt. Bei mir war es so, dass der Arzt mir irgendwas zwischen 350 und 410 Gramm empfohlen hat. Warum denn 410 Gramm? Warum denn nicht Runde zahlen? So 350, 400, 450. So, das wäre doch viel bessere Norm. Ja, okay, weil Körper keine Norm sind. Dumme Frage. Ja, klar. Daraufhin habe ich dann verschiedene Sachen auch im Beratungsgespräch anprobiert und habe mich... Anprobiert? Kann man das so da drüber dann anziehen? Sie beantwortet gerade Fragen, aber die Beantwortung, die sie macht, die macht für mich noch mehr Fragen. Was heißt denn anprobiert? Ich will auch Brüste anprobieren. Also will ich nicht. Also es ist nicht, dass das jetzt mein Traum ist, sondern ich will einfach wissen, wie das geht. Ich will sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Also ich will auch nicht sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Also es ist jetzt nicht eine Leidenschaft von mir zu sehen, wie jemand Brüste anprobiert. Ich würde gerne wissen, was es damit auf sich hat mit Brüste anprobieren. Wie ist das denn? Sie ist endlich für 360 Gramm entschieden. Also ich habe jetzt runde Implantate, 360 Gramm mit einer hohen Projektion. Also Projektion ist, wenn ihr das Implantat quasi mit der flachen Seite auf den Tisch legt, dann sieht das ja so aus. Und es gibt niedrig, mittel, hoch, sehr hoch. Ich glaube noch andere Zwischenstufen. Alter, das ist ja komplizierter. Manchmal, also bei Cyberpunk, habe ich mir schon gedacht, als ich das Game gezockt habe, so da kannst du ja auch in einem Game so deinen Körper so verändern und so. Und da dachte ich mir schon, boah, alter, der Skilltree, der ist schon komplex. Das ist schon, da muss man sich erst mal reinfuchsen. Aber in der Realität ist so ein Skilltree ja noch viel krasser. Welche BH-Größe hattest du vorher und welche hast du jetzt? Im Endeffekt bin ich jetzt von einem nicht ausgefüllten A-Körbchen auf ein volles B bzw. kleines C gekommen. Für alle, die es interessiert, ich habe einen Umfang bei den BHs von 75. Oh, wow. Umfang von 75 und dann großes, kleines, kleines C, großes B. Also so mit so Umfang kann ich ganz wenig anfangen. Ich bin mega happy mit dem Ergebnis. Am Anfang habe ich schon gedacht, jetzt habe ich nicht unbedingt ein C-Körbchen. Und so meine erste Reaktion war so, oh Mann, voll schade, warum habe ich nicht doch die Größe genommen? Aber auch der Arzt hat gesagt, er würde mir jedes Mal wieder zu den 360 Implantaten raten, denn das Ergebnis ist wirklich absolut perfekt für meinen Körper. Und im Grunde genommen ist es einfach nur ein Buchstabe oder eine Zahl, der genauso wenig wie Gewicht auf der Waage nichts aussagt. Das finde ich schön, dass sie das auch nochmal sagt. Man sollte wirklich nicht darauf achten, dass man irgendwie eine bestimmte Zahl unterschreitet oder überschreitet. Außer bei YouTube-Abonnenten, da ist das ganz, ganz wichtig. Also jetzt abonnieren. Letztlich kommt es ja einfach auf den Körper an. Letztlich kommt es ja einfach darauf an, wie wohlfühlst du dich mit deinem Körper. Ich glaube, wenn die Brust einmal richtig abgeheilt ist und natürlicher hängt und aussieht, dass man nicht unbedingt denken würde, dass ich eine Brust-OP habe. Also das Ergebnis ist wirklich so schön und natürlich geworden. Ey, das freut mich so sehr, dass sie zufrieden ist. Ich glaube, bei sowas können auch Sachen wirklich schief gehen und dass da jetzt alles glatt gelaufen ist, das ist schon schön. Ein paar Leute haben auch gefragt, wie sich das jetzt anfühlt, ob man die Implantate spürt oder ob sich das weich oder natürlich anfühlt. Also wenn man jetzt die Brust zum Beispiel anfasst, dann spürt man da überhaupt keine Implantate. Auch so, wenn ich jetzt meine Brust spüre oder daran denke, spürt man überhaupt nicht, dass da irgendwie ein Fremdkörper drin ist. Dann haben noch Leute gefragt, wo ich den Schnitt habe machen lassen, also wo das Implantat eingesetzt wurde. Stimmt, da gibt es, ich glaube, du kannst ja unter der Brust einen Schnitt machen und dann rein. Aber du kannst auch, damit du hier keine Narbe hast, hier irgendwie, glaube ich, reinschneidest und dann so, dass du hier hinschiebst. Ich glaube, das geht auch. ... und ob das Implantat unter oder über dem Brustmuskel eingesetzt wurde. Da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Man kann Brustimplantate über die Achsel operieren, über die Brustwarze oder unter der Brustmuskel. Stimmt, man kann ja auch, ja, Brustwarze geht ja auch. Du kannst einmal einen Schnitt machen hier um die Brustwarze und dann die Brustwarze abnehmen. Das ist echt so hier vor. Nehmst sie so ab, legst sie so auf dem Tablett, so. Eww, 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mir wurde dazu geraten und ich wollte das auch sowieso, den Schnitt unter der Brust zu machen. Das habe ich jetzt auch und das sind wirklich zwei Schnitte, die sind vielleicht so lang und die sitzen hier relativ außen jeweils an der Brust, einfach unter der Brustfalte. Und ich habe das Implantat hinter dem Brustmuskel. Da hat mein Arzt mir auch zu geraten und da habe ich mich auch zu entschieden, weil das Ergebnis dann einfach in meinem Fall natürlicher aussieht. Die Narkose an sich, da hatte ich echt Angst vor, weil ich noch nie eine Vollnarkose hatte. Das stelle ich mir auch stressig vor. Vollnarkose. Ich hatte auch noch nie eine Vollnarkose. Gleich passiert was ganz Krasses, gleich ist die so OP und ich gebe mein Schicksal in die Hände dieser Profis, die um mich rum sind und ich bin jetzt gleich weg. Alter, das muss ein crazy Gefühl sein. Bei mir war es wirklich überhaupt nicht schlimm. Also ich bin aufgewacht im Aufwachraum und dann kam relativ schnell auch der Julian zu mir. Auf jeden Fall habe ich im Aufwachraum sechs Stunden, glaube ich, gelegen, weil ich so K.O. war. Ich habe die Narkose irgendwie nicht richtig vertragen und ich musste mich sehr oft übergeben. Krass, Alter, dass eine Narkose so reinknallt, dass sie dich so aus dem Leben kickt, das war mir nicht bewusst. Was hat mehr wehgetan, Brust oder Nase? Das ist eine spannende Frage. Was hat mehr wehgetan, Brust oder Nase? Ich kann euch wirklich sagen, gerade die ersten Tage habe ich mit der Nase null Probleme gehabt. Die Brust war viel schmerzhafter, aber die Nase war einfach nur ätzend, weil gerade die ersten zwei, drei, vier Tage war halt alles zu in der Nase. Also es war verkrustet, es war mega angeschwollen. Ich glaube, ich habe in den Nächten jeweils ein bis zwei Liter Wasser getrunken, weil ich nur durch den Mund atmen konnte. Alter, das klingt so anstrengend. Und seitdem die Nasenschiene ab ist, ist eh alles super. Also ich würde mal sagen, die ersten sieben Tage waren ein bisschen ätzend, aber Schmerzen habe ich eigentlich keinmal an der Nase gehabt. Die Brust ist die erste Woche wirklich der Horror gewesen. Da habe ich auch durchgehend Schmerzmedikamente genommen. Also ich konnte am Anfang wirklich meine Arme und meine Hände gefühlt so bewegen und nichts so in der Richtung machen. Puh, wenn du eine Woche Schmerzen hast und es dann weggeht mit den Schmerzen, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Ich hatte eine Ex-Freundin, die auch eine Brust-OP hat machen lassen. Die hat eine Brustverkleinerung sogar gemacht. Da wurde, glaube ich, auch der Nippel sogar kleiner gemacht. Also sozusagen der Nippel ausgeschnitten. Dann wurde ein Schnitt von Nippel nach unten gemacht. So als hättest du so die Brust. Und wenn du den Schnitt da unten machst, dann kannst du ja so kleiner machen. Und dann vorher ist sie so und dadurch, dass du hier den Schnitt hast, kannst du so kleiner machen. Ja, Leute. Ja, Leute. So läuft das. So läuft das. Nee, ich habe meine Weißheitszähne nicht mehr, Chat. Ich habe Weißheitszähne gezogen bekommen. Aber da war ich nicht unter Vollnarkose. Das war auch ein weirdes Gefühl. Du spürst so alles, was sie da machen. Es tut nicht weh, aber du spürst, dass die so mit so Schnitten die so freisetzen. Und dann haben die die einfach gecrushed. Die haben einfach gesagt, okay, da ist jetzt ein Zahn drin. Den kann ich jetzt nicht so rausziehen. Deswegen zerstören wir den jetzt, diesen Zahn. Und dann picken wir die einzelnen Teile raus. Und das so zu spüren, so einfach wieder jemand so, das war krass. Hast du die OP selbst gezahlt und wie teuer war deine OP? Es gibt natürlich überall auch so günstige Anbieter und Leute, die da mit irgendwelchen Pauschalpreisen werben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht auf den Preis geachtet, weil ich einfach einen guten Arzt wollte. Meine OP ist beide zusammen, die Nasenkorrektur und die Brustvergrößerung haben um die 15.000 Euro gekostet. Beides zusammen klingt für mich jetzt gar nicht so derbe teuer. Das geht bestimmt günstiger, ja klar. Aber es klingt jetzt für mich auch nicht so wie so, boah, das ist aber mega überteuert. Und ohne Witz, wir wissen alle, 15.000 Euro ist für Bibi natürlich nichts, Alter. Also wenn ich sie wäre, würde ich auch safe 15.000 Euro ausgeben. Und auch wenn ich ich wäre, also wenn ich jetzt irgendwie eine OP machen würde, so eine große OP, würde ich safe 15.000 dafür ausgeben. Safe. Auch 20 oder 25.000, wenn man es hat, dann sollte man es ausgeben für einen eigenen Körper. Ich hoffe, das sind alle Fragen jetzt aufgeklärt. Ich finde es strong, dass sie so darüber redet. Es gibt definitiv auch Personen in der Branche, die sowas machen lassen und so dann verschweigen wollen, weil es ihnen irgendwie unangenehm ist, das zu sagen. Ich finde es eigentlich relativ sympathisch, dass sie damit so offen umgeht. Ich finde es sehr gut.